Im heutigen Video geht es mal wieder ausschließlich um Mörderinnen. Die einzelnen Fälle sind durchaus vielseitig und teilweise nur noch zum Haare raufen. Und das ist bei allem Respekt noch harmlos ausgedrückt. Was in letzter Zeit ein wenig auf der Strecke geblieben ist, sind meine sarkastischen Sprüche und meine kritischen Bemerkungen. In diesem Video habe ich extra ein paar mehr eingebaut. Im Dezember 1996 wird die Polizei aus der Nähe von Birmingham von einem panischen Mann angerufen. Er sagt aus, dass er direkt vor seinem Haus nahe der Straße einen stark blutenden Mann und eine offenbar verletzte Frau vorgefunden hat. Als die Polizei am Tatort eintrifft, finden sie Lee Harvey auf dem Boden liegend auf. Seine Verlobte, Tracy Andrews, steht direkt daneben. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt noch vor Ort. Die Obduktion rekonstruiert ein unfassbares Verbrechen. Auf Lee Harvey ist mehr als 40 Mal mit einem Messer eingestochen worden. Todesursächlich war ein tiefer Stich in den Hals, der die Hauptschlagader durchtrennt hat. Tracy hat ebenfalls äußere Verletzungen, allerdings hauptsächlich Prellung und blaue Flecken. Stichwunden aber keine. Sofort wollen die Ermittler wissen, was an jenem Tag passiert ist. Sie sagt aus, dass sie mit ihrem Verlobten auf dem Heimweg von einem Barbesuch gewesen ist. Auf der Rückfahrt seien die beiden allerdings in einen verbalen Streit mit einem anderen Autofahrer geraten. Dieser Wagen sei den beiden anschließend gefolgt und habe sie am späteren Tatort plötzlich ausgebremst. Dann sind zwei Männer ausgestiegen, die das Paar angegriffen haben. Einer der Männer hat ihren Angaben zufolge immer wieder auf Lee eingestochen und ihn so getötet. Die Ermittler leiten sofort eine öffentliche Fahndung ein und suchen ein Gewissen fort, in dem die Täter gesessen haben sollen. Der Messerstecher sei Tracy zufolge auffallend dick gewesen und hatte starre Augen. Tracy hält unterdessen Pressekonferenzen ab, in denen sie den Mord schildert und die Öffentlichkeit um Hilfe bittet. Den Ermittlern fällt jedoch auf, dass die Ende-20-Jährige den Ablauf der Tat in ihren Schilderungen immer wieder ändert. Selbstverständlich stand sie auch unter Schock. Doch ihre Erzählungen weichen derart voneinander ab, dass anwesende Ermittler die Pressekonferenz abbrechen lassen. Allmählich machen sich Zweifel breit. Anschließend wird das Leben und die Beziehung von Tracy und Lee genauer unter die Lupe genommen. Es stellt sich heraus, dass die beiden sich in den vergangenen Jahren mehrfach getrennt haben. Die Gründe waren anhaltende Streitigkeiten. Tracy soll Lee massiv unter Druck gesetzt haben. Einmal hat sie ihm sogar in den Hals gebissen. Aufgrund dieser Vorgeschichte wird der Tatort nochmals gründlich untersucht. Ein anderer Zeuge sagt aus, in jener Nacht gehört zu haben, wie sich ein Mann und eine Frau lautstark gestritten haben. Entgegen Tracys Aussage, sie seien ausgebremst worden, stand der Wagen ordentlich geparkt am Seitenstreifen. Und dort ließen sich lediglich die Reifenspuren eines Autos sicherstellen. Als Tracy mitbekommt, dass gegen sie ermittelt wird, versucht sie sich mit einer Überdosis Tabletten das Leben zu nehmen. Kurz danach wird sie unter dringendem Mordverdacht festgenommen. Ihre Verletzungen sprechen deutlich dafür, dass sie mit Lee in eine körperliche Auseinandersetzung geraten ist. Bestätigt wird das insbesondere, weil auf ihrer Kleidung diverse Blutspritzer von Lee gefunden worden sind. Spätestens jetzt ist den Ermittlern klar, Tracy hat sich in jener Nacht massiv mit ihrem Verlobten gestritten und ihn dann mit mehr als 40 Messerstichen brutal getötet. Eine Frage bleibt aber offen. Wo ist die Tatwaffe? Als Tracy kurz nach der Tat ins Krankenhaus gebracht worden ist, hat sie sich dem medizinischen Personal zufolge lange auf der Toilette aufgehalten. Im Innern ihres Stiefels wird ein Blutfleck entdeckt, der die exakten Abdrücke einer Taschenmesserklinge zeigt. Demnach hat sie das Messer nach der Tat in ihrem Schuh versteckt. Während ihres langen Toilettenaufenthalts hat sie also nicht die Kloschüssel gesprengt und einen dicken Haufen abgeseilt, sondern das Tatmesser in die Kanalisation gespült. Im Sommer 1997 startet der Prozess vor dem Birmingham Crown Court. Hierbei kommt noch einmal das ganze Ausmaß der Tat zum Vorschein. Lee hat mit allerletzter Kraft versucht, zurück zum Auto zu kriechen. Doch dabei sticht Tracy ihm immer wieder in den Rücken. Im Verlauf des Prozesses gesteht sie den Mord dann tatsächlich, behauptet aber, aus Notwehr gehandelt zu haben. Doch die forensischen Spuren sprechen zweifelsfrei für einen eiskalten Mord. Tracy Andrews wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Mitte 2011 ist sie nach knapp 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen worden. Im Anschluss lässt sie sich das Gesicht plastisch umoperieren und ändert ihren Namen. Medienberichten zufolge ist die heute Mitte 50-Jährige inzwischen wieder verheiratet und lebt irgendwo in England. Für unseren nächsten Fall bleiben wir tatsächlich auch in England, springen in der Zeit aber etwas zurück, nämlich ins Jahr 1950. Ruth Ellis zieht als Teenager mit ihren Eltern nach London. Sie bricht die Schule ab und arbeitet fortan in der Gastronomie. Dort kommt sie mit Leuten aus dem Rotlichtmilieu in Kontakt. Ruth ist attraktiv und weckt das Interesse von verschiedenen Zuhältern. Bald darauf arbeitet sie als Nacktmodel und als Prostituierte. Mehrfach wird sie zu dieser Zeit auch schwanger. Doch die Kinder lässt sie abtreiben, um weiterarbeiten zu können. Es folgt eine kurze Ehe mit einem ehemaligen Zahnarzt. Anfang der 50er lernt Ruth in einem Londoner Nachtclub den Rennfahrer David Blakely kennen. Die beiden beginnen eine stürmische Affäre, die von Anfang an von körperlicher und seelischer Gewalt geprägt ist. Sie ist zu diesem Zeitpunkt erneut schwanger. Er leidet aber eine Fehlgeburt, weil David ihr heftig in den Unterleib schlägt. Tatsächlich kommt es dann aber zu einem Verhalten, was viele Frauen in gewalttätigen Beziehungen an den Tag legen. Sie will sich unter keinen Umständen trennen und mit David zusammenbleiben. Er ist es jedoch, der sich Anfang 1955 von Ruth trennt. Sie kommt damit überhaupt nicht klar. Im April macht sie dann das Unfassbare. Ruth lauert David eines Nachmittags vor einem Lokal auf. Als David sie beim Verlassen des Lokals ignoriert und kein Wort mit ihr spricht, zieht Ruth ein Revolver aus ihrer Handtasche und schießt auf ihren Exfreund. Während David zu Boden geht, feuert die junge Dame Weiterkugeln auf ihn ab. Minuten später kann sie von Polizisten überwältigt und verhaftet werden. David Blakely stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Öffentlichkeit ist beim Bekanntwerden der genauen Tatumstände zwiegespalten. Viele sehen in Ruth ein Opfer anhaltender häuslicher Gewalt. Sie hat keinen Ausweg mehr gesehen und wollte endlich aus dieser Hölle ausbrechen. Sie selbst hingegen macht keinen Hehl aus ihrer Tat. Es ist offensichtlich, dass ich, als ich auf ihn schoss, die Absicht hatte, ihn umzubringen, sagt sie vor Gericht. Im Londoner Old Bailey wird sie in einem nur 20 Minuten dauernden Gerichtsprozess des Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Bereits drei Wochen danach ist sie als letzte Frau in Großbritannien gehängt worden. Sheila Devalu zieht Ende der 70er aufgrund der anhaltenden Unruhen im Iran zusammen mit ihrer Familie in die USA. Bereits in jungen Jahren wird sie, offenbar auf Drängen ihrer Familie hin, mit einem Mann verheiratet. Sheila studiert später dann Biochemie an einer Uni in New York. Dort lernt sie eines Tages Paul Christus kennen. Zwischen den beiden entwickelt sich schnell mehr und Sheila geht, obwohl sie verheiratet ist, eine Affäre ein. Als ihr Ehemann davon mitbekommt, lässt er sich scheiden. Im Jahr 2000 heiratet Sheila schließlich Paul. Und hier trifft wieder das gute alte Sprichwort zu. Wer einmal fremd geht, macht es immer wieder. Bereits nach einem Ehejahr lernt sie einen weiteren Mann kennen, Nelson. Und auch mit ihm läuft etwas. Dass sie verheiratet ist, erwähnt Sheila ihm gegenüber allerdings mit keinem Wort. Nelson hingegen befindet sich aber auch in einer Beziehung. Meine Güte, was sind das denn für Zustände? Der etwas mit dem, die etwas mit dem? Ist ja fast wie im Swingerclub. Oder wie bei Berlin Tag und Eselarsch. Als Sheila eines Tages erfährt, dass Nelson vorhat, mit seiner Freundin zusammenzuziehen, befürchtet Sheila, dass er die Affäre mit ihr beenden wird. Und das gefällt der Anfang 30-Jährigen überhaupt nicht. Also schmiedet sie einen perfiden Plan, um Nelsons Freundin Anna aus dem Weg zu räumen. Im November 2002 fährt sie zur Annas Wohnung, verschafft sich Zugang und greift sie an. Letztendlich tötet Sheila Anna mit unzähligen Messerstichen. Die Autopsie zeigt auch, dass Sheila mehrfach auf die junge Frau eingeschlagen hat. Doch überführt wird Sheila als Täterin zunächst nicht. Sie verständigt sogar selbst noch anonym von einem Münztelefon aus den Notruf. Bei dem Anruf behauptet sie, eine Nachbarin zu sein und dass es in der besagten Wohnung einen Einbruch gegeben habe. Annas Leiche wird blutüberströmt in ihrer Wohnung aufgefunden. Jetzt endlich kann Sheila, da sie Anna aus dem Weg geräumt hat, mit Nelson zusammen sein. Doch wäre da nicht noch ihr Ehemann Paul? Im März 2003, also knapp ein halbes Jahr nach dem ersten Mord, verbindet Sheila Paul im Zuge eines Sexspiels die Augen. Angeblich will sie ihn mit verschiedenen Gegenständen berühren. Allerdings nimmt sie ein Messer zur Hand und sticht auf Paul ein. Ihm gegenüber behauptet sie, es habe sich um ein Versehen gehandelt. Paul ist zwar schwer verletzt, er überlebt aber. Sheila ist überfordert, denn ihr Plan scheint nicht ganz aufzugehen. Also fährt sie Paul zu einem nahegelegenen Krankenhaus. Doch dort, auf dem Parkplatz, greift sie ihn ein zweites Mal mit dem Messer an. Letztendlich kann Sheila vom Krankenhauspersonal überwältigt und verhaftet werden. Paul überlebt. Allmählich können die Ermittler Sheila auch mit dem Mord an Anna in Verbindung bringen. Am Tatort wird sogar ein Tropfen Blut von ihr entdeckt. Ebenso bestätigt ein Tonforensiker, dass die Stimme der Frau des Münztelefons eindeutig Sheila gewesen sein muss. Sheila Develu gesteht vor Gericht zwar den versuchten Mord an ihrem Ehemann, bestreitet aber vehement, den Mord an Anna begangen zu haben. Wegen versuchten Mordes wird sie zu 25 Jahren Haft verurteilt. Es sollte aber noch ganze 5 Jahre dauern, ehe sie auch wegen des ausgeführten Mordes an Anna verurteilt wird. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Sheila förmlich besessen von Nelson gewesen ist und ihn um jeden Preis behalten wollte. Also hat sie dessen Freundin Anna schließlich getötet. Das Gericht hält die Iranerin ebenfalls für schuldig. Sie muss zunächst 25 Jahre in New York absitzen und wird dann in ein Gefängnis nach Connecticut überstellt, wo weitere 50 Jahre auf sie warten. Theoretisch wäre sie bei ihrer Entlassung weit über 100. Für den nächsten Fall kramen wir mal ganz tief in einer Zeit aus längst vergangenen Tagen. Im Jahr 1912 heiratet Ellen den Witwer und Texas Ranger J.D. Etheridge. Ellen zieht auf die Ranch ihres Mannes in Bosk County. Dort lebt der Witwer nach dem plötzlichen Tod seiner ersten Frau mit seinen acht Kindern. Die Jungs und Mädchen sind allesamt noch minderjährig. Ellen glaubt, dass sie den vermögenden J.D. nun trösten kann und er ihr im Gegenzug neben Geld auch seine ganze Aufmerksamkeit schenken wird. Doch der Texas Ranger sieht die neue Ehe eher pragmatisch. Zuneigung gibt es keine und auch das Bett bleibt vom Matratzensport quasi gänzlich verschont. Ellen fühlt sich vernachlässigt. J.D. kümmert sich aufopferungsvoll um seine acht Kinder und verbringt viel Zeit mit ihnen. Gerade nach dem Tod der Mutter will er alles daran setzen, den Kindern eine möglichst gute Kindheit zu bieten. Ellen soll hauptsächlich die Ranch in Schach halten, das Essen kochen, die Hausarbeit erledigen und alle anfallenden Arbeiten stemmen. Als Dank bekommt sie von ihrem Ehemann jedoch nicht mal einen warmen Händedruck. Das ist durchaus keine schöne Situation. Jedoch ist Allens Reaktion alles andere als nachvollziehbar. Statt den Frust an ihrem Mann auszulassen, wird sie mit der Zeit immer mehr eifersüchtig auf die acht Kinder. Allmählich entwickelt sich aus dieser Eifersucht der pure Hass. Und Ellen sieht in den unschuldigen Kindern, die am wenigsten für die Situation können, Schädlinge, die beseitigt werden müssen. Im Sommer sterben zwei der Kinder urplötzlich. Der Arzt diagnostiziert eine schwere Magendarmstörung als Todesursache. Doch als einige Monate später, nach einem Abendessen, drei der noch sechs lebenden Kinder mit schweren Vergiftungssymptomen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, schöpft ein Arzt Verdacht. Eines der Kinder kann gerettet werden. Die anderen zwei sterben. Ellen wird verhaftet und die Ranch untersucht. Dort finden Polizisten größere Mengen Arsen. Obduktionen ergeben, dass die Kinder tatsächlich an einer Arsenvergiftung gestorben sind. In den Vernehmungen gesteht Ellen, dass sie die ersten beiden Kinder mit einer stark konzentrierten Lauge und die anderen zwei mit dem Arsen vergiftet bzw. getötet hat. Insgesamt hat sie vier der acht Kinder ermordet. Und all das nur, weil sie ihren Ehemann ganz für sich alleine haben wollte. Für die Morde ist sie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden und dann auch im Gefängnis verstorben. Shauna Ford gehört im Jahr 2009 der sogenannten Minuteman American Defense an. Dabei handelt es sich grob gesagt um eine zivile Bürgerwehr, die illegale Grenzübertritte verhindern will, weil sich die Behörden offenbar selbst zu wenig darum bemühen. Im Zuge dessen patrouillieren die Mitglieder auch an den US-amerikanischen Grenzen zu Mexiko. Shauna ist im Mai zusammen mit zwei anderen männlichen Mitgliedern in Arizona unterwegs. Sie ist eine der Führungspersonen der Bürgerwehr und hat genau wie die zwei Komplizen lange Vorstrafenregister. Die drei strecken auch nicht davor zurück, sich die Finger schmutzig zu machen. Nahe der mexikanischen Grenze klingeln sie während ihrer Patrouille an der Tür der Familie Floors. Der Vater, Raoul, öffnet die Tür. Mit im Haus ist noch seine neunjährige Tochter Brisenia und seine Frau. Shauna behauptet, dass sie und ihre beiden Komplizen Beamte seien, die nach illegalen Einwanderern Ausschau halten. In Wirklichkeit hofft Shauna aber, dass sie in dem Haus Geld und oder Drogen findet, damit sie durch die Beute ihre Bürgerwehr finanzieren kann. Doch die Familie Floors hat weder das eine noch das andere. Der genaue Tatablauf ist nicht bekannt. Fakt ist aber, dass es zu einem Streit kommt, als Shauna und ihre Komplizen plötzlich den Schmuck der Familie einstecken. Dann eröffnen sie das Feuer auf die Familie. Sowohl der Vater Raoul als auch die erst neunjährige Brisenia sterben in dem Kugelhagel. Die Mutter wird ebenfalls verletzt. Sie überlebt aber. Ihr gelingt es sogar, die Waffe ihres Mannes zu greifen und auf die drei zu schießen. Einer von Shaunas Leuten wird am Bein getroffen. Als wenig später die Polizei eintrifft, bietet sich den Beamten ein Bild des Grauens. Sowohl der Vater als auch das kleine Mädchen sind durch Kopfschüsse regelrecht hingerichtet worden. Die Mutter überlebt schwer verletzt und kann die Angreifer im Nachhinein sogar ziemlich genau beschreiben. Die drei Täter werden kurz danach verhaftet. In Shaunas Besitz werden die persönlichen Gegenstände der Familie Floors entdeckt. Zwar stellt sich im Prozess heraus, dass einer der beiden Männer die Waffe hatte und die tödlichen Schüsse abgegeben hat, Shauna war es aber, die den Raubmord als Führungsperson schon seit Monaten geplant hat. Der Schütze Jason Bush ist im Zuge dieser Ermittlung sogar auch wegen eines anderen Mordes, den er Jahre zuvor begangen hat, überführt worden. Während der zweite Komplize eine lebenslange Haftstrafe erhält, werden Shauna und Jason zum Tode verurteilt. Sie ist eine von insgesamt nur drei Frauen, die derzeit im Bundesstaat Arizona im Todestrakt auf ihre Hinrichtung per Giftspritze warten. Die Familie Floors hatte sogar noch eine weitere Tochter. Die war am Tattag aber zufällig bei der Großmutter, was ihr letztendlich das Leben gerettet hat. Sonst wäre es ihr vermutlich wie ihrer kleinen Schwester Brysenia ergangen. Die Mutter hat vor Gericht ausgesagt, dass die Neunjährige den Schützen Jason Bush angefläht hat, dass er ihr nichts tut. Doch diese abscheuliche Kreatur schießt dem armen Mädchen aus nächster Nähe direkt in den Kopf. Viele glauben, dass wir von Gott stammen. Manche halten aber auch die Evolutionstheorie für möglich. Ich persönlich glaube aber, dass manche Menschen, so zum Beispiel dieser Jason Bush, aus einer Kreuzung zwischen Esel und Ziege entstanden sind. Kelly und Jason Cotran lernen sich in den 90ern auf der High School in Indiana kennen. Die beiden sind seit Teenager-Tagen ein Herz und eine Seele. Bereits im Jahr 2002 geben sie sich das Ja-Wort. Dabei gehen die beiden einen äußerst bizarren Schwur ein. Sie wollen jede Person töten, die sich ihrer Liebe in den Weg stellen könnte. Eines Tages sollte dieses wohlmöglich eher symbolische Versprechen tatsächlich grausame Realität werden. Nach inzwischen zehn Ehejahren kriselt es zwischen den beiden einst zu Verliebten. Sie haben Schulden und entfernen sich immer weiter voneinander. Als sie schließlich nach Michigan ziehen, hat sowohl Jason als auch Kelly eine Affäre. Im Oktober 2014 versöhnen die beiden sich allerdings wieder und wollen ihre zerbrochene Ehe zusammenflicken. Allerdings nur unter einer Bedingung, dass sie ihren Schwur von damals tatsächlich einhalten. Kelly lockt am nächsten Tag ihre Affäre, den Air Force Veteran Chris Regan, zu sich. Kelly verführt ihn und die beiden haben wie so oft in der Vergangenheit Sex. Doch plötzlich kommt Jason aus dem Nebenzimmer und schießt Chris noch während des Akts in den Kopf. Danach zerteilen Kelly und ihr Ehemann die Leiche. Nachbarn sagen später aus, eine laute Kettensäge gehört zu haben. Chris wird zehn Tage später als vermisst gemeldet. Das Ehepaar hat seine sterblichen Überreste zu diesem Zeitpunkt bereits im Wald verteilt. Die Kettens gelten in dem Vermisstenfall zunächst aber als Tatverdächtige. Insbesondere, weil Kelly eine Affäre mit Chris hatte. Die Beweise reichen für eine Verhaftung aber nicht aus. Zumal bis dato keine Leiche gefunden werden konnte. Die Kettens fühlen sich fortan aber nicht mehr sicher und ziehen nach Indiana. Anfang 2016 verständigt Kelly plötzlich den Notruf. Ihr Mann Jason liegt regungslos am Boden. Auffällig ist, sie versucht mehrfach die Ersthilfemaßnahmen der Rettungskräfte zu unterbinden. Als Todesursache wird eine Heroin-Überdosis festgestellt. Kelly hält Tage später eine große Trauerfeier ab und beteuert, dass der Verlust ihres Mannes das Schlimmste ist, was ihr je hätte passieren können. Als die genaue Obduktion allerdings ergibt, dass Jason nicht an einer Überdosis, sondern durch Ersticken gestorben ist, wird gegen seine Witwe Haftbefehl erlassen. Durch die Ortung ihres Handys kann sie Tage später in Kentucky verhaftet werden. Dann gesteht sie nicht nur die Beihilfe bei der Ermordung ihrer Affäre Chris Regan und führt die Ermittler zu dessen sterblichen Überreste, sondern sie gesteht, ihren Mann Jason mit einer Überdosis vergiftet und schließlich erdrosselt zu haben. Vor Gericht sagt Kelly aus, dass sie damals gar nicht wollte, dass Chris stirbt. Sie wäre viel lieber mit ihm, statt mit ihrem Mann zusammengeblieben. Aus Rache, weil Jason Chris ermordet hat, hat sie dann ihren Ehemann getötet. Er habe ihr das Wichtigste im Leben genommen, sagt sie vor Gericht. Kelly Kotzbrocken erhält neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe noch zusätzlich 65 Jahre wegen des Mordes an ihrem Ehemann on top. Als Freunde und Nachbarn das ganze Ausmaß des Verbrechens mitbekommen, haben sie einen ekelerregenden Verdacht. Damals, kurz nach dem Verschwinden von Chris, haben Kelly und Jason eine Grillparty veranstaltet. Freunde und Nachbarn sagen übereinstimmt, dass das Fleisch an jenem Tag irgendwie komisch geschmeckt hätte. Wenn man jetzt noch in Betracht zieht, dass nicht alle Leichenteile von Chris gefunden werden konnten, könnt ihr euch denken, woraus das Barbecue damals zum Teil bestanden hat. Die Ende 20-jährige Shea Groves aus England ist in einer Beziehung mit dem 2 Jahre jüngeren Frankie Fitzgerald. Doch leider ist die Beziehung von Gewalt und Missbrauch überschattet. Shea zeigt ihren Freundinnen Videos, die belegen, dass Frankie sie gegen ihren Willen missbraucht. Im Juli 2022 scheint Shea sich zu rächen. Als Frankie sie wieder einmal missbrauchen will, zieht sie ein Messer, schneidet ihm die Kehle durch und sticht dann fast 20 Mal auf ihn ein. Den Ermittlern ist zunächst nicht klar, wie sie den Fall einstufen sollen. Offenbar hat Shea nur aus Selbstverteidigung gehandelt. Ein Mord kann die Tat daher nicht sein. Auffällig erscheint den Ermittlern aber die Besessenheit von Shea für True Crime. Sie hat hunderte Zeitschriften und Dokumentation über Serienkiller und in ihrem Zimmer hängen eingerahmte Fotos, unter anderem von Charles Manson, Eileen Wuornos und Co. Als die Polizei die Videos sichten, in denen der getötete Frankie seine Freundin missbraucht hat, fällt auf, dass die Aufnahmen nachträglich bearbeitet worden sind. Den Ermittlern gelingt es, die originalen Versionen wiederherzustellen. Darauf ist zu sehen, dass die zwei völlig einvernehmlich miteinander schlafen. Das Motiv des Missbrauchsopfers hängt dadurch also am seidenen Faden. Facebook-Nachrichten kurz vor dem Tod von Frankie zeigen, dass er mit einer anderen Frau geschrieben hat. Gemäß der Rekonstruktion hat Shea das ebenfalls mitbekommen und dann geplant, ihren Freund zu töten. Aus den Büchern und Dokumentationen ihrer Serienmörder-Vorbilder versucht sie dann, sich ein Alibi zurechtzulügen und inszeniert sich als Missbrauchsopfer. Im Zuge dessen bearbeitet die Ende-20-Jährige sogar die Videos, damit sie einen handfesten Beweis hat. Shea Groves wird vom Winchester Crown Court zu einer mehr als 20-jährigen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Heidi Littlefield lebt 2021 zusammen mit ihrem Ex-Freund Francis Kelly in einer gemeinsamen Wohnung in Hamilton County im Bundesstaat Indiana. Die beiden sind seit kurzem getrennt, leben aber noch zusammen. Heidi hat eine ältere Tochter aus einer vorherigen Beziehung und zusammen mit Francis eine weitere Tochter im Kleinkindalter. Heidi befürchtet, dass es aufgrund der Trennung bald zu einem Sorgerechtsstreit kommen wird, den sie unter Umständen verlieren kann. Dann hätte ihr Ex-Freund das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Also schmiedet sie folgenden Plan. Sie mischt in das Essen von Francis kleinere Mengen Fentanyl, um ihn dann hinterrücks bei der Polizei anzuzeigen, damit er positiv auf Drogen getestet und besonders schlechte Karten bei dem künftigen Sorgerechtsstreit hat. Jedoch ändert Heidi ihren Plan. Gemeinsam mit der älteren Tochter und einem männlichen Komplizen beschließen die drei, Francis mit einer massiven Überdosis Fentanyl komplett aus dem Weg zu räumen. Als Francis eines Tages sein Haferbrei im Oktober 2021 isst, schreibt er seiner Ex-Freundin sogar noch eine SMS, in der er sie fragt, ob sie etwas da reingemischt hätte, als sie gestern Nacht am Kühlschrank gewesen ist. Minuten später liegt Francis leblos auf dem Küchenboden. Heidi schlägt anschließend seinen Kopf dann mehrfach auf den Boden und erdrosselt ihn mit seiner Krawatte. Dass Francis' Tod nicht durch Drogenkonsum begründet sein kann, stellen die Ermittler schnell fest. Als die ältere Tochter dann gegen ihre Mutter aussagt, werden sie, Heidi und der männliche Komplize verhaftet. Die zwei erhalten je 10 bzw. mehr als 20 Jahre Haft. Heidi Littlefield hingegen wird als Haupttäterin wegen Mordes zu mehr als 100 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Kuriose ist, dass Francis die Tat durch seine SMS quasi schon aufgeklärt hat. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020